gut geht wieder weiter ich würde sagen nehmen wir jetzt noch 20 minuten auf und dann muss man auf die dritte dann tante wir auch genau drei stunden research concluded Ok, jetzt kostet meine ganzen Vorschuungen 40 Monate oder höher oder länger besser gesagt Nächsten Ascension Perk Jaii Es dauert auch noch 66 Monate Ich glaube, ich hänge einfach so weit zurück, das ist der Wahnsinn Ich komm gerade nicht hinterher Construction Complete Hast du keine Sektoren? Ich habe keine Sektoren, nein Ich habe 11 Planeten Warte, du hast keine Sektoren und du hast 1, 2, 3, 4 11 Systeme, ich kann 14 haben Es ist geplant so Hast du ein Problem damit Wie willst du denn da Überblick behalten? Ich mache das für Hand Ich habe den Überblick Das mache ich auch Ich habe auch 9 Systeme in meiner Verwaltung und 2 nicht, weil ich einfach nicht kann Sonst würde ich irgendwie ins Minus kommen Ich hab deine Sektoren Ich hab uns nicht mehr Ich hab meine Sektoren Wo? Wir sterben ständig Leute. Konstruktionprojekt endet. Aber du... Bedenke, du kannst immer nur... Von jeder strategischen Ressource eins haben, ne? Also eins einfach haben, und lassen wir so irgendwie... Irgendwie verhandeln. Wollen wir das... Ja, die wollen wir das für 400... Mineralien abkaufen. Das gibt's nur im Abo. Es gibt's nur im Abo. Es gibt's nur im Abo. Können die sich jetzt mal entscheiden? Erst mögen sie mich alle... Und auf einmal... Die ganzen Schläge... Boah... 14k Energy Credits hab ich hier. Easy. Das sind jetzt Terraformel durchfällig. Plus 16 Energie, plus 68 Mineralien. Hast du. Mach ich. Ich hab plus 100 noch was Energie. Und plus 300 noch was Mineralien. Plus 114 Energie, plus 186 Mineralien. Plus 300 Mineralien. Easy, ne? Ganz easy. Ganz easy. Ich hab jetzt 14k und 10k. Aber ich hab auch keine Flotte. Konstruktionprojekt concluded. нав 188 ritual. Kleines 9 www. sing 16 Unspensivic Point Geh oben links auf den Government Und dann auf den linken Reiter Reform Government Und dann Reform Government Mir fehlt ein Influence Point Du hast einen erforscht Nein, 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 ich brauche noch einen Influence mehr, damit ich das machen kann Achso, ja, 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 sorry, ja Get your point now Ja, Miff Das Problem habe ich auch Cutthroat's politics Core Sector Systems plus 2, yeah Alright, perfect Mit der Reproduction plus 10% Hm, könnte ich gebrauchen Ah Ay 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 Oh, du hast du mit Sox streaming? Ah Aie 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 Na Na Ja Oh, Krieg. Krieg. Nicht immer gleich. Ach, da unten. So, da unten ist ein ganz kleines Bijou Valley. Zwei Planeten, das hat sich verbreitert. Verbreitert, sagte er. Das ist doch schon seit Ewigkeiten. Ich frage, ob das mal ein zusammenhängendes Ding war oder nicht. Nee, das war's nicht. Krasser Scheiß. Was für Flottenstärken habt ihr denn? Äh, 19,6k. Okay. Ich bin jetzt bei 5. Aber ich habe seit Ewigkeiten eine 4k Flotte gehabt. Seit, seit ... Stunden. Bisschen Terraformisch. Terrier. Starken. Ah, der Space Cove. Space Cove, Space Ball, Steff, Space Cove. Was für eine Flotte brauche ich denn, um hier den Stellarite Devourer zu machen? Mindestens 40k Der andere, der Automated Red Nod? Mindestens 30k Und du kannst noch bei den Kuratoren Schadensbonus gegen die Teile kaufen, ne? Naja, stimmt Halt, ich muss ja passieren Halt 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 Haben wir, wir haben schon Megastructures, oder? Ja. Gibt's hier keine? Wenn keine gesponsert, musst du dir welche selbst bauen. Das ist ein paar Jahre. Sehr toll. Theoretisch könnte ich es mir gerade leisten. Wie viel? Wie viel hast du? Nee, ich bräuchte erst vorschauen und zum Schritt. Hast du schon 20.000 Mineralien? Hm, nee. Aber ich könnte tauschen. Ja, so wie was denn die mindestens? Ja, ich hab 13k und das steigt halt schön weiter. Ja, das ist schlecht. Okay, das wäre schon geil. 14k und 13k Energy Credits auch noch Ach come on Jetzt brauche ich einen neuen Admiral, Heinz Becker ist jetzt mein Chef Mua Biva 6k Construction Project Concluded Aha Loser Ja Jetzt Wir wurden die Grenzen geschlossen. Ach, von den Spasten. Ich habe ihn vorbereitet. Ah ja, ich habe Observatory-Verlebigkeiten erforscht, das könnte ich auch mal bauen. Star-Schwarz möchte ich da tauschen. Schauen, wie geht es zu meinem Sektor? Was mit Aradien habe ich? Oh, 30 In-Game-Jahre um, so, fairer Satz. Ist ja nicht schon 22.02. Ach so, das meinst du? Oh. Ah. Ich habe gerade einmal den Planeten im Observatorium verpasst. Wir haben erst einmal 1100 Milder genommen. Und wir schauen ihn jetzt an. Destruction kommt ihm. Destruction kommt ihm. Ist der Terror von mir eigentlich fertig? Oh. Oh. 60 Tage. Ist es schon so weit? Mhm. Ja, es ist so weit. Weil wir sind jetzt gleich bei 20 Minuten. Ach so. Ja. Also wenn es euch recht ist, würde ich dann die Abmord machen. Ja. Niemals. Krieg erklären. Okay. Also Krieg, ich weiß nicht, ob das die Lösung ist, die du haben möchtest. Ist immer die Lösung. Ja, Erik, früher oder später werde ich dem Bill Nox-Heliz-In-Contact wieder den Krieg erklären. Was kannst du machen? Ja, dann kommst du. Was ist wenn du denn verlierst? Wieso? Du hast ein Defensiv-Abkommen mit dem immer noch. Defensiv-Abkommen. Ja, sobald ich den eingreift, werden alle seine Verbündeten, also Defensiv-Abkommen, werden dann mitten in den Krieg reingezogen. Aber da ist noch ein bisschen hin. Defensiv-Abkommen mit dem roten Blob da oben werde ich jetzt erstmal in der nächsten Aufnahmesession. Welcher denn? Da bei mir dieses Jolian-Communality, die Pilze. Pilz-Pilze. Sie. Die sind plus 10. Ja, bei mir sind sie minus 190 und die werde ich irgendwann mal schlucken. Aber. Ja, dann würde ich sagen, beenden wir die Aufnahmesession, oder? Kannst du machen. Fisch? Kannst du auch noch kurz warten, dann sind deine ganzen Schiffe fertig. Bitte was? Ja, was jetzt? Warte, 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 warte. Ich warte. Instruction complete. Ja, ich bin fertig. Instruction complete. Ich warte zur Zeit nur noch auf Forschungen. Und Unity. Ah, bei mir ist noch ein bisschen mehr Action. Ja, auch. Eric, sag's doch nicht ganz. Ich bin ganz. Hm. Warum? Der Schipbilder hat, glaube ich, irgendwas kaputt gemacht. Hm. Hm. Ja, okay. Kannst du machen. Gut. Dann war's mit der Aufnahmesession Stellaris wie immer. Wenn's euch gefallen hat, lasst ein Like da. Und wenn nicht, dann schreibt eure Wünsche, Anregungen, Kritik etc. in die Kommentare. Ansonst, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.